Hallo Leute, Folge 130 und der Gegner kommt schon angerannt. Ich werde ihn überraschen. Nein, er weiß doch, dass ich da bin. Er benutzt Magie. Warum? Ich weiß es nicht. Er müsste doch wissen, dass ich ein verdammter Erzmagier bin. Ich trage die verdammte Robe. Verdammt. Da vorne werden noch weitere Gegner sein. Und Pilze. Und noch mehr Pilze. Was geht hier ab eigentlich? Kann man die essen? So eine Frage, weiß ich nicht. Eisenerze wahrscheinlich eher weniger. Man kann es zwar probieren, aber ich denke nicht, dass es gut klappt. Okay, hinter uns war irgendwas. Nein. Dann eben nicht. Kleine Heilung. Pilze, 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 Pilze. Und, hä, da geht's weiter? Okay. Chaurus, die machen die Geräusche. Alles klar. Wow, wow. Hat mich das erschreckt. Ihr habt keine Ahnung, ey. Boah. Ach, das sind so Haustiere. Kann man die bitte als Haustiere halten, wenn die einen angreifen? Alter Schwede. Ah, das kann sein, dass aus Dänen die Rüstung gemacht wird. Ja, das kann sein. Ich weiß zwar nicht, ob es eine gute Idee war, hier reinzuspringen, weil ich vielleicht nie wieder rauskomme. Aber, hey. Mir egal. Ich will mal die ganzen Eier mitnehmen. Hehe. Versteht ihr? Versteht ihr? Eier mitnehmen? Nein? Okay, sorry. Boah, fuck, sind das viele Eier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kriege einen Orgasmus. Alter. Irgendwann habe ich alle. Glaub mir. Boah, sieht das freaky aus, wenn das aufgeht. Hey Baby. Hey Baby. Stirb mal bitte. Und du auch noch. Danke sehr. Da ist noch Schimmel oder Schimmerpilze. Für mich irgendwie dasselbe. Warum würde es wohl schimmeln? Weil es schimmert. Kombinationsgabe. Sherlock 2. Ganz einfach. Kann man nichts anderes sagen. Kriegsachst. Ob es wie eine Axt aussah, kann man sich streiten. Sah für mich eher aus wie... Keine Ahnung. Baby, Dreck, Scheiß, Arsch. Und so. Na jedenfalls war da noch ein Weg. Interessiert mich jetzt auch, wo es da lang ging. Ach, das war einfach nur die Abkürzung, sag ich mal. Weird. Das wäre cool, wenn es in so einem Haus vielleicht mal weitergehen würde. So 100 Meter noch. Das wäre lustig. Das wäre mal ein Haus. So ein mega Überhaus. Wow, 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 Digga. Digga, chill daneben. Ich will dir nichts machen. Aber ich habe deine Familie gedrückt. Deswegen hilf ich dich auch noch. Ansonsten nimmst du noch irgendwann Rache. Das gefällt mir gar nicht. Warum hat der fucking Gamer Balken dabei? Und warum habe ich es ihm abgenommen? Ich brauche es gar nicht. Ist da was drin? Ist da was drin? Nope. Warum nicht? Einen Korb brauche ich auch nicht. Das da kann man glaube ich essen. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Da waren noch irgendwelche Hüten. Komm schon. Irgendwo was drin vielleicht langsam. Das war eine komische Tür. Aber eine Notiz. Wir haben eine Notiz gefunden. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht. Kann natürlich schlecht sein. Oh, eine Experten-Truhe, ja. Die will uns bestimmt verarschen. Wahrscheinlich schon. Seht ihr? Will uns verarschen. Komm schon, das bekommen wir hin, oder? Okay. Gleich gebe ich es auf. Du funktionierst besser. Jawohl. Hey. Granatstein, Seelenstein, Quecksilber, Erd. Sah hässlich aus. Aber nehme ich mit. Und raus. Noch eine Tür. Was sind das jetzt? Irgendwelche Krüge. Langweilig. Wer bist du? Gefangener. Schäbige Hube. Ja, so eine schäbige Hube habe ich auch an. War ein Scherz, ne? Die ist assi. Oh fuck. Habe ich mich fast selber umgebracht, oder was? Eine eigene Falle gestellt. Ja, wir sollten mal die komische Notiz angucken. Wo ist sie? Bücher. Zerrissene Notiz. Gibt uns keine Quest. Na, dann ist es auch egal. Wo müssen wir hin? Erstmal hier mitnehmen. Komm schon, komm schon. Danke. Wollen wir mal die Zutaten alle aufessen, hm? Komm schon. Oh, das sind recht viele. Blasenpilze. Boah, die Eier. Das sind viele. Die lasse ich mal erstmal weg. Boah. Hammerhart. Komm schon, 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 komm schon. Langsam sollte ich dann ziemlich viele, ähm, bla bla bla, Teile kennen. Also, die Wirkung von denen. Weil da sind ja noch welche unbekannt. Die werden theoretisch dadurch frei, aber sieht nicht ganz so gut aus. Ja, das hat reingehauen, Mann. Wie Drogen. Die nächsten benutzen wir dann mal für Alchemie an sich. Dass wir an so einen komischen Tisch gehen und mal rumprobieren, ob wir was machen können. Irgendwelche Tränke herstellen, was weiß ich. Oh, das ist ein Schleicher. Den kann ich austricksen. Bam. Hä? Der hat immer noch sein komisches Schild. Aber der hat es ja nicht für immer. Irgendwann hat er keinen Mana mehr. Jetzt gehen wir weg hier. Und just saying. Und weg ist er. Kaum hat er kein Schild mehr. Es ist auch nur ein komischer Fall mehr. Ich kann ihn nicht aufsammeln. Willst du mich verarschen? Och, komm schon. Das war wahrscheinlich so der Endboss-mäßige Typ. Und ich kann ihn einfach mal nicht looten. Ja, jetzt verrückt du noch. Und du auch noch. Oh, hab ich nicht getroffen. Oh. Oh. Was ist bei dem los? Vielleicht kann ich ihn auch einfach nur nicht treffen. Aber... Hat er gut ausgewichen. Der ist schnell wie der Wind gewesen. Wusse ich gar nicht, was ich tun soll. Soll ich da mal reingehen? Die Eier aufsammeln? Hehehe. Oh Gott, klingt das einfach nur scheiße. Mach ich mal, glaub ich. Wir brauchen einfach mal die Eier. Hehehe. Nicht, dass wir keine hätten. Oh Gott, ist ja schlecht. Gebt mir Zutaten. Ich muss Alchemie praktizieren. Und sowas. Oder sowas. Alter, warum sind hier so viele? Aber keiner, der die legt. Komm schon. Gib mir mehr. Ja. Maybe. Kann ich das nicht mitnehmen? Oh. Okay. Geht's wieder hoch? Was ist denn das? Frag ich mich so an der Stelle. Ansonsten, ob er was dabei hat. Und hat er, ja. Und der hatte nix, ne? Nicht wirklich. Schade. Ist der Dungeon schon abgeschlossen? Frag ich mich gerade. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Abgeschlossen. Ja, das war Tatsache. Der Endboss. Das ist kacke. Da müssen wir gleich nochmal rein. Und schauen, dass er dann wieder normal rumliegt. Sonst haben wir was verpasst, ne? Vielleicht hat er was geiles dabei. Was ich eigentlich schon denke. Ja, komm da noch. Sonst ist hier nix. Noch eine Truhe, ja. Zwergenwaffen. Joa, geht so. Könnte besser sein. Ach so, man fällt hier dann einfach runter. Ja, das ist nicht so ganz cool. Dann hab ich nämlich nicht mehr groß Bock, äh, wieder hierher zu kommen und durchzurennen. Das ist dann ein bisschen langweilig. Na gut. Der wird wahrscheinlich wohl nix Großes dabei haben. Passiert, passiert, passiert. Die Nord glauben, dass ihre ehrenvolle To... Ihren ehrenvollen Toten... Auf alle Ewigkeit in Sonnengarde blablabla. Tja, scheiße, wenn man leise, langsam und scheiße liest. Das passiert dann. Speichern sollten wir. Wobei das eben Auto gespeichert hat. Aber das gefällt mir nicht so. Wo ist mein Pferd? Ich stelle gerade, das wäre mein totes Pferd. Irgendwo da dürfte es doch stehen. Oder ist es weggerannt? Nicht dein Ernst, dass es weggerannt ist, oder? Da vorne. Nur weil ich gegen den Bär gekämpft habe. Hallo? Brauchst du nicht wegrennen? Ich hab dich doch lieb. Komm her. So ein Streichel-Emote wäre cool, aber... Gibt's ja nicht. Yeah, zack ins Wasser. Gesprungen. Lustig, dass immer noch Tag ist. Und lustig, dass da so ein komisches Krebsvieh ist. Schnell weg, schnell weg. Er hat mich nicht erwischt. Yeah. Okay, vorne gibt's irgendwas zu erkunden. Wäre cool, wenn ich was erkunden würde. Dann erkunde ich Sachen. Und das... ...deckt die Karte auf. Ja. Wenn die Karte ja aufgedeckt ist, dann sehen wir, wo was ist. Und das ist cool, ne? So ein bisschen. Müsste man meinen. Hier ging's auch irgendwo hoch, egal. Gleich haben wir irgendwas. Und da vorne ist noch irgendwo ein Tower anscheinend. Was für ein Tower, weiß ich nicht, aber... Ich war hier ja auch noch nicht. Ist ja alles blind, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht absteigen sollte. Ist vielleicht besser. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Lügner-Zuflucht entdeckt. Interessant. Das ist aber eigentlich nicht, wo ich hin muss, ne? Da ist auch irgendein Tower. Da sollten wir vielleicht ans Nächstes hin. Sieht ziemlich zwergisch aus hier. Man braucht keinen Schlüssel. Cool. Warte mal, was wollte ich gucken? Wir sind nicht allzu voll. Kann man noch rein, kann man noch rein. Wenn wir ankommen, dann sind wir wieder voll. Und dann ist ein Riesendungeon. Ich seh's kaum. Muss wieder zurück. Alles ablegen. Und dann wieder rein. Komm schon, lass mich in den Dungeon rein. Ich will abmetzeln. Und nicht sterben, weil sterben tue ich zu oft. Ist da jemand? Ja, ich bin hier. Sind es von mehr? Greifen die mich an? Ja, das ist ein Gegner. Wir haben gerade jemanden getötet, ne? Ja, dann komm halt. Ich habe keine Angst vor euch. Oh, da ist er. Irgendwelche komischen Aliens wieder. Oh, das ist ein Schleicher. Oh, ich habe den Schrei nicht ganz ausgesprochen. Ja, stirb endlich. Besser dabei, nichts Großes. Aber was Kleines, und zwar seine Ohren. Oh, da vorne. Oh, fuck, das ist auch ein Schleicher. Komm schon. Und jetzt geh. Komm schon, komm schon. Jetzt geh. Und jetzt stirb. Du verdammter. Was hat der dabei? Oh, recht viel Gold. Und ein komisches Helm-Vieh. Was arg komisch aussieht. Und ich einfach mal ignorieren will. Boah, ich treffe ihn von hier. Hat ganz vergessen. Noch den Rest ausräumen. Die haben alle ganz gut Geld dabei. Muss ich mal so sagen. Ein Bandit. Ja, der schießt einfach seine Pfeile weiter. Und ich chill hier. Das ist auch ein Schleicher. Tja, schleich dich mal. Boah, da kommt ja immer mehr. Ehrlich mal. Ins Gesicht. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, yeah. Da hat's ihn erwischt. Da habe ich ihn eins ausgewischt. Und der hat eine Laute dabei. Wahrscheinlich könnte ich damit zuschlagen, ne? Aber will ich mal nicht machen. Woher kommt das? Kam das von hier? Ich habe keine Ahnung. Da scheint jemand gut drauf zu sein, nämlich. Nein, ihr gehört mir. Ey, ich habe doch gar nichts gemacht, Mann. Alter Schwede. Ihr gehört mir. Deine Mutter, ey. Hat er sich da komisch eingeschlossen und meint, er könnte mich umbringen. Was denn, der Lusche. Dein Geld gehört mir. Idiot. Oh, der hat gut Geld dabei. Krosser Shit. Noch irgendwo was? Hier haben wir noch nicht alles durchgeguckt. Da sind nämlich noch komische Tränke, glaube ich. Nein? Oh, das war nur Wein. Wein? Nein? Oh. Okay. Na gut. Da war doch was. Ich bin blind. Ich bin blind. Ganz einfach. Na gut, wir schauen gleich mal weiter. In der nächsten Episode. Zieht sich wieder lang hier. Cooler Dungeon vielleicht. Möglicherweise. Geht er lang. Na, wir sehen uns dann. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.